Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, mein Name ist Aiden, hier schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ein kleiner Zusammenschnitt von meinem Apex-Livestream neulich. Ich hoffe, er gefällt euch, wenn, dann lasst es mich gerne per Daumen wissen, in welche Richtung es euch gefallen hat und wenn ihr noch ein bisschen mehr Feedback für mich habt, haut das gerne unten in die Kommentare rein. Ich lese das auf jeden Fall und freue mich drauf. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Nein! Ich habe einen Schaden. Ich habe einen Schaden. Ich habe einen Schaden. Ich habe einen Schaden. Oh nein. Ja, die waren geraitet. Wir müssen das aussehen. Wir werden auch spielen. Wir werden gut spielen. Wir haben einen guten Tag. Perfekt. Wir kommen zuerst, wir kommen zuerst. Wir sind hier, wir sind hier. Wir kommen kurz an. Ja Wirksgeiten. Wir sind hier, wir sind hier. Wir kriegen den Schaden. oh gib mir ein sec rechargern shields oh oh super kommentar super kommentar super kommentar super kommentar schau denn mal lggs hey mal keine toxiken arschlöcher gehabt ich glaube so viele punkte haben wir das letzte mal in dem gesamten teil des streams abgestaubt bisschen bitter jetzt aber we take those ganz ehrlich leute we take those ok oh yep ja Oh. ein bisschen zusammenreisen hier wow die haben das wirklich besser gemacht mit diesem mit dem ganzen spaß hier ich habe anscheinend sachen freigeschaltet hier werden ausgemacht als die als die ich muss aber gucken dass ich das gleiche gegeben hergeleitet das geht das geht so gar nicht ja so viel dazu sonst habe ich aber wenigstens zeit ich habe mich mal was ah nee squad eliminiert egal leave match schön beziehungsweise gegen was haben wir verloren gegen was habe ich verloren vollkommen fein mit mir bin ich ganz ehrlich das war ich da war ich die eine ramata runde das einzige community game was wir verkackt haben das war ich der komische dude ich hatte ihn fast komm schon wirklich es war meiner scheiße scheiße ich war zu grödie sorry vielleicht ist ein bisschen Licht ja ich bin tot das stimmt das stimmt das stimmt ich bin tot es war ich es war ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin wahnsinn Ja shoot, ja gut. Nein! Nein! Wieso leben wir noch? Irgendeiner... Ah. Gold ist Knockdown. Wir haben versucht. Ich war da. Die Runde war so wasted. Ja. Egal. Das ist ein schickes Ding. Er hat glaube ich irgendwas böses gesagt. In irgendeiner Sprache, die ich nicht sprechen kann. Und das ist immer ganz gut, wenn man dann dieser Dude ist, der keine anderen Fremdsprachen lernt. Loll. Er ist so laut. Danke. Ja. 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 Das war quasi eine Runde. Ah. Ah, dann war der Ende mir. Den habe ich nicht mehr gehört. Äh, habe ich denn irgendwas verpasst? Äh, gute Frage. Wir hatten einen Raid von der lieben Hannah. Die hat mal einen stabilen Raid von, was waren es, 33 oder sowas, da gelassen. War natürlich kein bisschen Eskalation oder sowas. Äh, ja. Ja, was ist das? 45 Sekunden. 3 ist nah. Enemy Power. Alter. Das ist immer, das ist, das ist das Schnellverfahren. Das ist Amazon Speed mäßig. Ihr Paket wurde zugestellt. Das ist einfach durchs Fenster gejettet worden. Es ist zugestellt worden. Und es geht jetzt die Tür schon wieder. Hallöchen. Grüß dich schon wieder. Kommt er mit 5 Bits um die Ecke. Immer wenn ich damit nicht rechnen will. Ah, klasse. Es hat einfach, diese Rave hat einfach den... Da ist so viel schiefgegangen. Das kann man gar nicht aufzählen. Aber unwahrscheinlich. Wie lebe ich noch? Nein. Oh nein. Du blöde Sackfalte. Ich kann manchmal was, ja? Liegt ein Level-3-Rücksack. Das war aber kein Vibe. Oh no. Oh come on. Oh nein. Beide Waffen waren noch leer Nudeln! Ich will gar nicht wissen! Der dritte war auch geil, also mit dem Spruch, mit dem Geilgummen, also allgemein mit Geilgummen, die sind einfach super, aber ja, also größten Respekt für nen Dude! Aber ja, da bin ich jetzt mal ganz kurz AFKer, ich höre nur schnell flott was zu trinken, weil sonst geh ich glaube ich drauf, oh wir haben Sachen freigeschaltet, das heißt ich blende mich jetzt hier kurz mal auf, aber hier Bridou regelt das jetzt für uns, passt auf, Bridou ist nämlich ein Probe-Layer, Kung Fu, besser als zuhause allgemein Quatsch machen, so wie es scheint, ist ja echt gut, ja, hm, also ich glaube nicht, der der das konnte, der war der mit dem besseren Mikro, der so jung klang, das war der, der genauso wie ich... Das war zwar übertrieben toxisch, aber es ist mir egal, es hat sich trotzdem gut am Gefühl Ich liebe diesen Finisher Ich liebe dich Ich liebe dich ! Sieg Leuk Und Sieg 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 Ich Sieg 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 Dass ich in diesem Chaos überhaupt irgendwas geschossen gekriegt habe, ne, ist schon ein Wunder. So, ne, das war knapp, dann mache ich morgen... Ja, mach mal. Dafür, dass ich nichts hatte, war das für mich völlig in Ordnung. Also das war völlig, völlig fein. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Okay, okay, okay. Nein! Ich bin tot. Ander, 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 ander. Leute, du blöde Sackpäuser. Schön. Das ist doch fast schon zu schön, um jetzt hier das Ranking abzuleinsen. Das ist ja ein neues Event, Freunde. Dann würde ich doch mal sagen, schließen wir das damit ab, indem wir mal einmal... Wahrscheinlich wird es so eine richtig... Das ist doch schön. Holy shit. Nein. Schön. Das ist doch schön. Schade. Ich wollte wirklich einfach mal reinjumpen. Schade. Ich wollte wirklich einfach mal reinjumpen. Es stimmt, er macht wirklich, er macht wirklich nette Komplimente. Ja, das sind Bots, oder das sind Savebots, what the fuck? Das ist halt so sauber. 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 Oh, no. Das ist halt so sauber. Hä? Haben die jetzt die Dingens gequillt? Also, topen. Ich mache das mal, nicht so zu. Das ist halt so. Ich mache das mal. Ich werde die Zeit zum Beschlägen. Ich mache das dann mit dem Bandit. Obendrauf, die ich schäufe schon. Das ist eine Schäufe ber времени. Ich mache das dann mit. Ich mache das dann mit. Aber ich mache das dann. G-G-Loll Dementsprechend Würde ich sagen, Questerfeld Ja, Heilige So, wenn euch das Ganze hier gefallen hat Dann, wie gesagt, bewertet das Video Und vor allem, wenn ihr gerne live dabei sein wollt Wie ich ein Spiel spiele Und mit mir interagieren möchtet Dann bitte ich euch einfach Montags oder mittwochs um 19.30 Uhr Bei mir auf twitch.tv Slash Aiden hier vorbeizuschauen Gerne einfach da mal reingucken Ich bin eben von 19.30 Uhr bis meistens 22.22 Uhr, 22.30 Uhr der Live Gerne einfach vorbeischauen Es kann auch mal sein, dass ich an einem Wochenende auch streame Das wird aber dann immer sehr spontan entschieden Wenn ich das mache, dann werdet ihr das aber auf Twitter erfahren Da könnt ihr mir einfach mal folgen Da werdet ihr ebenfalls informiert Ansonsten bedanke ich mich fürs Vorbeischauen Könnt gerne noch ein Abo dalassen, wenn es euch richtig gefallen hat Ansonsten sehen wir uns zu einem neuen Video Ansonsten sehen wir uns zu einem neuen Video wieder Ich lasse das so drin Tschau Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal